Hallo. Ja, den Philipp kenne ich eigentlich schon bevor wir beide zum Skaten angefangen haben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und was mich an Philipp beeindruckt, ist, dass der Philipp immer noch mit der gleichen Einstellung Skaten geht, wie vor all den Jahren, wie wir angefangen haben zum Skaten. Und zwar, dass es ihm einfach darum geht, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Der Philipp skatet jeden Tag, jeden Tag, egal wie das Wetter ist, der Philipp ist skaten, findet ein neues Spot, skatet neue Spots, findet irgendwo einen Pole Jam mit irgendein Wallride, irgendeine Legend, die noch nie jemand gedacht hätte oder einen Bullfight. Ja, und sonst, der Philipp nie skatet, ist auch ein super Kollege und ein super Haberer auf jeden Fall. Ein typischer gemütlicher Wiener, der irgendwie immer getrimmt an alles herangeht. Mit ihm kann man einfach super auf Buffet trinken gehen, mal ein Glas Rotwein trinken gehen und auch abseits von Bord über irgendwas reden, wo es nicht nur um Skaten geht. Das ist eine super nette Freundin, einen unglücklich süßen Hund und hat lange, baldende blonde Haare. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Schaut sich das Ganze einfach an. Ciao! . Nämlich ist es ja ein Tag. Ja, das ist richtig. Nämlich sein, aber weinen blau. Nämlich sein, immer man kann man einfach ankommen. Nämlich sein, wir fahren einfach an das Jahr Auto und der mitten. So, dass ich jetzt nicht sehen kann. Nämlich sein, schön. Nämlich sein,янlich sein, kein Tag, sondern wir fahren und steigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020